Dieses zum Kauf angebotene Siebenzimmer-Rhein-Mittelhaus befindet sich in Mönchengladbach. Das im Jahr 1907 erbaute Haus wird über eine Zentralheizung beheizt. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 548 Quadratmetern bietet das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 150 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 199.900 Euro. Wir freuen uns in näher zu informieren.